In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, will sich Laura Katrin nicht so einfach geschlagen geben. Seit Laura, Chrysanti Kawasi, auf den Kollekiez zurückkehrte, gibt sie sich betont friedlich. Die Versöhnung mit Yvonne, Gisa Zach, und Gerna, Wolfgang Barrow, die Hochzeit mit John, Felix von Jascherow, und die neue Freundschaft mit Emily, Anne Menden, tun ihr sichtlich gut, als Laura in Paris erst von ihrem Geldwäscheplan abgesehen hatte. Und dann ihrer Schwägerin trotz des Verlusts, der 1,5 Millionen Euro das Leben rettete, wurde deutlich, dass sie sich wirklich verändert hat. Und trotzdem steht sie in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wieder inmitten eines neuen Kleinkriegs. Und ihre Gegnerin ist für Laura alles andere als eine Unbekannte. Achtung, Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Freitag, 12. Januar, um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen GZSZ Katrin erweist sich als erbitterte Konkurrenz, wie wir euch bereits berichtet haben, werden Laura und Emily im neuen Jahr eine Eventagentur gründen. Die erste Präsentation läuft derart gut, dass ihnen eine potenzielle Kundin den ersten Auftrag in Aussicht stellt. Allerdings gibt es Konkurrenz, die sich gewaschen hat. Katrin, Ulrike Frank, nachdem Katrin W. Ellen Carlos verloren hat. Ist sie auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld. Und offensichtlich hat sie keine Lust mehr auf die Immobilienbranche. Doch sie zog aus dem Navarro-Projekt eine Lehre. Die Eventbranche ist durchaus lukrativ. Emily und Laura sind schockiert, als sie feststellen müssen, Dass ausgerechnet Katrin mit ihnen um den Auftrag kämpft, und sie gehen unterschiedliche Wege, um sie auszuschalten. GZSZ Laura macht Abstriche, wie wir aus der aktuellen Vorschau erfahren, schüchtert Katrin vor allem Laura ein. Letztendlich kann Emily ihren Kampfgeist aber neu entfachen, Und Laura ist sogar bereit, den großen Erfolg zu opfern, und ein Minusgeschäft in Kauf zu nehmen, um Katrin auszuschalten. Ob sie das zum Erfolg führt, sehen wir in demnächst. Ob sie das zum Erfolg führt, sehen wir in demnächst.